und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von grow song of the evertree ja es geht langsam aber es geht wir sollten auf jeden fall gucken dass wir mehr gebäude produzieren können deswegen bin ich im moment auch schon fleißig am fahren stadtzufriedenheit liegt im moment bei zwölf prozent auf der neuen ebene bei näherer betrachtung scheint es dir wirklich gut zu gehen rückgewinnung bereit zum einfordern okay ja dann schauen wir doch mal was wir jetzt heute wieder alles so machen können zu dir gehen wir natürlich auch mal eben in der hoffnung dass wir das endlich mal bald durch haben ja und nochmal aber das wird wieder nicht durch sein also das letzte das sind wirklich millimeter die sich bewegen das ist erwarte ich irgendwie okay also wir müssen zum ebenen distrikt warum auch immer ich jetzt hier zu fuß hin laufe weil das ja eigentlich viel zu lange dauert ich mich doch mal eben noch hoch porten können kann man hier eigentlich irgendwas sehen weil da ist ja jetzt eine angestellt dass ich das teil jetzt natürlich falsch rum eingestellt habe ich glaube ich habe es jetzt bei dem anderen auch falsch hingestellt ja also müssen die harmonie so ein bisschen haben wir schon angefangen was haben wir hier ist das ich kreiere ein terrarium nach dem vorbild unserer stadt aber mir fehlen noch die winzigen stadtbewohner ein wurm entfaltung sollte passen bringst du mir eins ja vielleicht habe ich so obwohl wir mal glaube ich habe ich doch ha perfekt ach die meint die raupen ja da hätte ich natürlich auch drauf kommen können ja perfekt fantastisch ich schätze da mein alaria terrarium nur ein bewohner hat stellt dieses wurm entfaltung dichter ja du solltest dir erstmal darüber ein klaren wenn es heißt dieser wurm nicht dieses wurm und danke dass du mich mit einem wurm beziehungsweise mit einer raupen vergleich ich finde die ähnlichkeit ist verblüffend ja aha okay ähm hallöchen du möchtest einziehen oh hi ich sehe mich gerade nur um aber wenn ich irgendwas bestimmtes brauche kann ich immer zu dir kommen ja bibliothek bibliothek ist immer gut wobei ich jetzt hier noch keine gebaut habe aber du darfst gerne einziehen ich glaube die anderen konnte ich jetzt auch noch gar nicht einziehen lassen ich bin mir gerade nicht sicher ähm wir haben auch noch gar nicht doch da sind zwei leute drin da aber die aber die ähm ähm äh welches war das jetzt das hier wieso ach so ach ich denke gerade wieso kommt das jetzt hier nicht okay wir haben jetzt 1300 Miora das sehe ich hier gerade nicht aber ich glaube wir haben ja wir haben keinen Briefkasten hier vor das machen wir auch mal zur Verschönerung ähm Haustierhütte stimmt da hatten wir ja eigentlich überlegt habe ich aber gar nicht ich bin ja auch so doof okay dann nehmen wir das 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 ist eigentlich ja scheißegal wir nehmen einfach mal das so dann noch eine Marke Bewohnerplatz genau wir müssen Platz sparen ähm so Dachfarbe das andere war glaube ich schon so so grün ne wir nehmen mal einfach was komplett ausgefallenes hier und Sockelfarbe ich sehe überhaupt gar nichts ich nehme jetzt mal einfach mal das und das wird jetzt voll hässlich aussehen weil ich keine Ahnung habe ne wir nehmen jetzt einfach blau das könnte eventuell dazu passen weil ich sehe hier wirklich null gerade Blumenkasten Marke 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 okay ähm so okay von mir aus das war das 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 hatte ich aber auch noch nicht verbessert hier nehmen wir mal irgendwas buntes genau ähm dann das Und was sieht sonst noch hässlich aus? Machen wir das einfach mal da rein. Keine Ahnung. Einmal die Blumenkästen. Und ich glaube... Ja, genau. Die sind ja schon zu zweit. Das können wir nicht mehr machen. Ja, dann haben wir im Endeffekt alles, was wir hier haben können. Das ist das Gasthaus. Da ist das andere kleine Haus. Ich könnte jetzt theoretisch... Ich hoffe, das ist nicht... Moment, ich gucke am besten mal... Ah, ne, da brauche ich, glaube ich, nur die... Bibliothek. Ich könnte aber auch einen Tempel hinbauen. Okay. Dafür habe ich noch nicht genug. Ich habe wahrscheinlich dann nicht mehr genug. Für die Bibliothek nehme ich mal an. Aber den Tempel haben wir ja noch nicht. Oh, ist hier groß. Okay. Muss der mitten in der Stadt sein? Nicht unbedingt, oder? Weil dann würde ich sagen... Kann man das da unten eigentlich auch drin... Ich habe das ja so blöd dahingestellt. Ah. So kommen die ungefähr da hoch. Vielleicht so ein bisschen... Ein bisschen gerader. So. Zack. Und... Das würde ich gerne drehen. Genau, drehen. Soll mit der mittleren Maustaste funktionieren. Aber es funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Moment, wo ist das? Das Stadtgarten. Hier. Zack. Zack. So kann ich es auch nicht drehen. Warum? Da komme ich nur auf Anpassen rein. Ja. Also anscheinend funktioniert das... Ja, ich kann so drehen. Ja, super. Das bringt mir aber nicht viel. Ja. Ähm. Da blick ich jetzt noch nicht so ganz... Lass mich doch einfach mal da, wo ich bin, Mann. Ich will da doch einfach mal draufklingen. Bewegen kann ich es aber... Ne, kann ich auch nicht. Hä? Okay. Wir lassen es einfach so. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Nerven, mich da jetzt drum zu kümmern. Also scheinbar... Ich habe mal irgendwann das umgestellt. Das weiß ich noch, was ich gebaut hatte. Aber scheinbar ist das hier irgendwie zu kompliziert gerade für mich. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch die letzten Nächte nicht so wirklich gut geschlafen. Äh. Stehe auch ein klein wenig neben mich. Ähm. Das war doch gerade... Das sieht doch gar nicht mal so extrem hässlich aus. Ähm. Nehmen wir mal einfach die. Aukapfeltapet. Eigentlich hört sich das hier richtig eklig an. Aber okay. So. Einen Blumenkasten kriegst du auch noch. Zack. Vanessas kleines Haus. Wo habe ich die jetzt gerade eben alleine da reingesitzt? Echt? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. So. Marke. Genau. Was war das jetzt nochmal? Achso. Das war das mit der Kreativität. Genau. Gut. Hier kann jetzt einer mehr rein. Sehr schön. Dann haben wir... Im Stadtgarten müsste theoretisch noch einer mehr. Im Tempel. Wohlbefinden. Morgen fertig. Achso. Da können wir jetzt sowieso... Ne. Können wir noch nicht. Aber wir könnten theoretisch einen Angestellten. Das ist ja cool. Ähm. Ich weiß gerade gar nicht, was die eigentlich wollten, die Bewohner. Moment. Taverne. Gasthaus. Ne. Der arbeitet... Würde ich gerade sagen. Der arbeitet doch schon im Gasthaus. Achso. Der wollte in ein Badehaus. Ja. Ich habe natürlich jetzt alle aufgenommen für Sachen, die ich überhaupt gar nicht habe. Das ist natürlich mega geil. Wobei Bibliothek... Ich finde, jeder braucht eine Bibliothek. Deswegen. Ich habe auch eine speziell bei mir zu Hause. Mein halbes Zuhause ist irgendwie eine Bibliothek streng genommen. Ähm. Gut. Ich werde... Oh, was ist das? Picknickplatz. Den habe ich eben übersehen. Oder hatte ich den... Doch, den hatte ich. Konnte ich eben runtergehen? Ich weiß es nicht genau. Ich will die Getreidemühle machen, aber ich habe die Sachen dafür noch nicht. Dann würde ich trotzdem mal sagen, damit ich dem einen hier, beziehungsweise der einen, einen Gefallen tun kann, mache ich hier auch noch eine Bibliothek hin. Ähm. Die können ja erst zum Tempel gehen und dann in die Bibliothek. Die haben zwar einen etwas größeren Anlaufplatz, wenn die alle nach hier unten müssen, aber... So. Zumindest so einigermaßen plattsparend. Sind die Wege sehr teuer? Irrner Weg, Pflasterstein. Pflasterstein ist doch viel schöner, aber das ist so klein, ne? Hallo. Ja. Nein. Kann ich hier abbrechen? Okay. Ähm. Ja, und dann irgendwo hier sollte dann der Eingang zum Tempel sein. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt doch als Dekoration... Ich glaube, da sind oben jetzt acht reingegangen. Oder sind... Das sind keine Dekos, das sind nur die Wege, glaube ich, hier, ne? Zeigt es jetzt leider auch nicht an. Also das sind auf jeden Fall die Häuser. Und das sind die Personen. Fünf von acht. Hm. Habe ich hier noch irgendwas? Ich meine, die Sachen werden ja noch gebaut. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Den Stadtgarten, oder? Verwalten. Genau. Den müssen wir noch ein bisschen verschönern. Also, erstmal dürfen dann natürlich zwei Leute drin, äh, nicht drin wohnen, äh, drin arbeiten. Und dann machen wir, machen wir da so ein Pilzhaus raus. Ne, wir machen das einfach rot. Ist ja scheißegal eigentlich. So, alles wird rot hier. Die Wand... Oh, was war das? Öh. Okay. Das wird jetzt auch rot. Oh. Warum habe ich den denn jetzt? In so kurzer Zeit. Okay. Produktion, Kreativität der Angestellten. Ja, ich weiß nicht. Ich würde das gerne noch ein bisschen aufsparen. So. Okay. Vanessa gehört jetzt zum Ebenendistrikt. Ja, die habe ich schon quasi vergessen. Äh, baue... Ach, ich soll zwei Gasthäuser bauen? Nee. Echt jetzt? Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Hallöchen. Dieser Eisbrecher braucht ein knuspriges Topping. Ich denke, irgendeine Art von Kornfruchtbarkeit. Wärst du so lieb? Am besten, bevor mein Eis wegschmilzt. Äh, ja, ich habe sogar eins. Ach, perfekt. Ja. Kornfruchtbarkeit. Perfekt. Und mein Eis ist nur halb davon gelaufen. Dankeschön. Äh, entschuldige bitte. Ich habe dir das sofort in die Hand gedrückt. Ja, also... Das hört hier aber auch alles auf. Äh. Sicher jetzt erst, dass hier eine Wäscheleine ist. Okay, dann... Erstmal wollte ich gucken, wegen der Stadtzufriedenheit, drei Sternebauer, sieben einzigartige... Achso, sieben einzigartige Gebäude. Ich denke mal mit einzigartig... Ja. Meinen die jetzt sowas wie Taverne und so? Nehme ich mal an, ne? Ähm... Passe drei mal fünf Gebäude an. Das habe ich auf jeden Fall erledigt. Entferne drei Blockaden. Das habe ich auch erledigt. Platziere zwölf Dekorationen. Oh, das wird noch teuer werden. Habe 14 Stadtbewohner. Okay. Zwei soll ich ihren Traumjob vermitteln. Okay. Das heißt, wir brauchen für neun Bewohner noch Platz. Neun Bewohner. Ich schreibe mir das mal eben auf am besten. Und wir brauchen noch neun Dekorationen. Ja, und vier einzigartige Gebäude. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das egal ist. Selbst wenn ich jetzt irgendwie dreimal... Hoppala. Dreimal das gleiche baue. Dass das trotzdem gilt. Ich weiß es nicht. Ähm... Stand hier jetzt noch irgendwas anderes drin? Ne, das ist auch... War das hier? Hier steht es gar nicht mehr drin, ne? Ich meine aber, da stand jetzt eben drin, dass ich alles abgeschlossen hatte. Was ist die so garstig hier? Hallo? Äh, dass ich alles abgeschlossen hatte, bis auf ein zweites Gasthaus, was ich noch bauen muss. Da kümmere ich mich gleich auch drum. Und ich glaube, hier muss ich noch singen. Oder auch nicht. Ich habe jetzt nichts bekommen. War nicht was, das ich einfordern konnte hier? Ja, ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist dann, wenn man mal ein, zwei Tage zwischendurch wieder nicht spielt, hat man den Überblick komplett verloren. Das ist natürlich doof. Ich meine, ich sollte noch was einfordern. Aber gut. Ähm... Blumenladen, Bäckerei. Bäckerei kann ich noch bauen. Das ist... Ne, Bäckerei will ich ja gar nicht. Gasthaus. So. Ich meine, da stand eben, ich soll zwei Gasthäuser bauen. Wenn nicht, habe ich ein Problem gleich. Ähm... Gut. Dann mache ich das andere Gasthaus hier unten hin. Weil ich da die Bewohner auch so schön hinstehen kann. So. Das ist trotzdem irgendwie doof. Ist das doof, wie die Kranz hier verläuft? Hm. Wo machen wir das denn? Wobei das so wahrscheinlich dann doch besser wäre, wenn ich es so machen würde. Hallo? Wieso kann ich das denn... Nur so tief setzen? Ah. Okay. Dann habe ich gesagt, wir brauchen neun Bewohner. Ähm... Kleines Haus, kleines Haus, kleines Haus. Die sind auf jeden Fall alle doppel belegt. Okay. Dann bauen wir hier noch so viel, wie wir können. Na gut, Dekos müssten wir theoretisch auch noch. Aber wir bauen hier erstmal noch Häuser dazu. So. Können wir noch ein Haus? Ein Haus können wir noch. Dann würde ich aber sagen... Weiß ich nicht, dass wir vielleicht ein Haus hier unten noch hinbauen oder so. Keine Ahnung. Ist mir doch scheißegal, wo die wohnen. Ganz ehrlich. Ähm. So, okay. Dann können wir die Sachen theoretisch... Also wir könnten theoretisch noch einen Bäcker hier hin machen. Und einen Kaffee. Das sind für mich einzigartige Gebäude. Ähm. Bäckerei würde ich sagen, damit es schöner ist, direkt hier oben. Lass mich mal eben gucken. So kann ich drehen. Achso, jetzt ist das Ding da im Weg, ne? Ähm. Ja. Kann ich nämlich nicht drüber bauen. Das ist doof. Dann... Geht's hier auch nicht so richtig gut. So, erstmal gerade ausrichten. Aber da kann ich drüber bauen, hey. Das sind diese Stände von den... Von den Immerlingen, glaube ich. Kann das sein? So, das geht nicht. Das geht aber. Zack. Dann machen wir da... Die Bäckerei hin. Und das Café ist auch etwas größer. Kriegen wir das noch hier hinten hin? Ja. Aber dann natürlich nach unten ausgerichtet. Wobei das, glaube ich, nicht so schön ist, wenn die Wäsche da direkt vor der Nase steht. Aber... Vielleicht ist das ja auch das Café zur dreckigen Wäsche. Man weiß es nicht. Ähm. Diejenigen unter euch, die übrigens jetzt gelacht haben, mein... Also der Mann von meiner Cousine, der hat wirklich ein Café, glaube ich, war es, gehabt. Doch, ein Café war es, glaube ich. Das hieß zur dreckigen Unterwäsche. Er hat doch überall, äh, Unterwäsche aufgehangen. Allerdings war die natürlich nicht dreckig. Achso, ich habe was vergessen. Äh, 15 Gasthaus. Genau. Das, das meinte ich nämlich, das sollte ich doch... Können wir hier was einfordern jetzt, ne? Äh, die, die war natürlich nicht dreckig, die Wäsche, sondern der hat überall saubere Wäsche hingehangen. Aber die Idee war gar nicht so schlecht. Es sah auf jeden Fall ganz gut aus. Als wir da waren. So, ein großes Haus. Da kommt der jetzt mit an. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh je, okay. Hm, das würde ich jetzt aber gerne mal wissen. Was brauche ich denn, um ein großes Haus zu bauen? Großes Haus. 270, das ist gar nicht so viel. Aber kann man auch nicht. Doch, kann man sehen. Das ist ein Bewohner mehr. Ja, würde ich sagen, mache ich das doch demnächst. Sehr schön. So, hier können wir jetzt definitiv erstmal noch nichts machen. Da müssen wir jetzt noch warten. Achso, doch, Moment. Ach nee, wir haben nur noch 13 Miora. Ich glaube, da kriegen wir nichts an Deko. Ja, doch, okay. Eine Bank oder sowas können wir. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Neun Dekos. Normalerweise würde ich sagen, wir nehmen einfach die Dekos, die am wenigsten kosten. Knallen die irgendwo hier rein. Wo es jetzt einigermaßen gut aussieht. Wieso ist das immer gesperrt hier vorne? Das ist doch doof. Achso, da ist schon einer. Leute, ich will einfach nur... Der kostet doch nur eins. Wieso darf ich den hier nicht hinstellen? Hä? Brunnen. Ein Miora. Darf ich hier nur einen pro Bereich, oder was? Nee. Hä? Muss ich das verstehen? Den kann ich auch nicht. Moment. Nee, Dekorationen sind aber auch nicht voll. Ich habe 13 Stück. Der kostet 7. Wenn ich nicht ganz doof bin und noch einigermaßen rechnen kann, sollte ich hier noch was hinbauen können. Warum darf ich das jetzt nicht? Da ist auch nicht zu viel gebaut, oder so. Ich meine, hier haben wir eine komplett freie Fläche. Hä? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Kann man hier auch nicht dran machen. Hm. Also das ist ein Mysterium, ja. Was ich jetzt nicht beantworten kann gerade. Das finde ich jetzt doof. Ja. Falls ihr das wisst, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben, warum ich da jetzt nichts bauen konnte. Äh, 6 Gebäude kann ich hier noch bauen. Und ich habe 3 von 2 Orten entdeckt, oder was heißt das? Was? Okay. Okay. Okay, das verstehe ich zwar nicht so ganz mit 3 von 2 Orten. Aber okay. Gut, im Naturschutzgebiet ist mein Immerling fertig, wenn ich das richtig sehe. Nein, da ist nur ein Immerling drin. Achso, dann hatte der normalerweise die Schatztruhe drin. Okay, dann habe ich mich jetzt vertan. Oder hat er ein Häkchen drin oder irgendwas, glaube ich. Das heißt nur, dass da immer den Kinder drin sind. Das heißt aber nicht, dass die fertig sind. Können wir jetzt hier auch schlecht vergleichen. Achso, ich habe hier noch einen Platz für den Samen. Wenn ich jetzt wüsste, äh, ob wir jetzt noch... Ich meine, gut, das erweitert sich ja ständig. Also, was wir auf jeden Fall brauchen. Trocken, lecker. Trocken wäre hier. Dann schaue ich da nochmal. Ich schaue mal kurz nach, ob das eins war, was wir noch nicht fertig hatten. Achso, das war das hier. Doch, das hatten wir auf jeden Fall fertig. Ja, dann würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt erstmal noch so ein bisschen um die Welten. Und wenn noch etwas Interessantes hinzukommt, dann schalte ich euch auf jeden Fall nochmal hinzu. Und ja, ansonsten sehen wir uns gleich. Ja, leider konnte ich auch heute wieder nichts großartig Neues mehr machen. Deswegen verabschiede ich mich erstmal für heute und sage mal bis zur nächsten Folge. Ciao!